Laufen macht Krach und erleichtert es Ihren Gegnern, sie zu orten. Agent 47 kann seine Gegner schnell und präzise ausschalten. Wie Sie sehen, haben sie durch die Konzentration auf Ihre Gegner rasch Instinkt aufgebaut. Drehen Sie die Kamera, um den Gegner anzuvisieren und arretieren Sie dann den Schuss. Tödlicher Schaden. Konzentrieren Sie sich auf den nächsten Gegner. Tödlicher Schaden. Alle Gegner erleben. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm und bleib dich bei mir. Wohin gehen wir? Steig ein. Es ist erledigt. Gute Arbeit, 47. Bringen Sie sie zum Exfiltrationspunkt. Was machen Sie da? Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze ich... Dada ist für dich gestorben. Wieso? Bitte. Sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Sir, hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt. Das hatte ich befürchtet. Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an, hören Sie Jade. Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft. Du musst wachsam sein. Die Agency kennt meine Verstecker und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Raum, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Oh. Sie haben mich angerufen? Oh. Du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verliere sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. Ich beobachte dich. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Siebenunddreißigfünfzig die Nacht. Keine Partys. Hallo? Birdie, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt ihn voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu? Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Cops. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Alles frisch! Ich bin in Chinatown. Wie viel wollen Sie? Nein, ich habe allein eine Freude, die ich ganz begeistert bin. Bobchoy, frisches Bobchoy. Sehr lecker! Hey, aufpassen, ihr zwei! Ich bezahle euch nicht fürs Rumsitzen. Ohne meine Erlaubnis. Kommt niemals hier rauf. Bobchoy, frisches Bobchoy. Sehr lecker! Ja, zweimal bitte. Wischen Wuschel? Ew, Snowman? 합ire Querab買ijand? Liebe Ich temper hält. Lauf seine Art. Aber weinig. Bittell wieder. Dann passiert nicht immer das Problem. Ach, Scheiße! Was zum Teufel machst du hier? Ich stelle dich auseinander. Ich stelle dich an. Abwechslung Untertitelung. BR 2018 Musche Musche! Hey! Auf mal! Brauchen Sie eine Tasse, ma'am? Ich lade Sie. Sie ist nicht doof? Sieben Tage, sieben Tage jede Woche. Hey! Wollt ihr? Frisches Osten! Hau! Aber, mein Gott! Hey! Pau sie! Wissen Sie ja, wo die Hände laufen? Wissen Sie ja, wo die Hände laufen? Wissen Sie ja, wo die Hände laufen? Wissen Sie, wunschig! Nein? Okay, ähm, Pau sie! Entschuldigung! Hey! Oh! Ich bin voll. Stell dich nur noch vor? Also... shrine! Jetzt bin ich neu da. Ich bin. Du Must Peru? Na? Did I? Danke! Weils palieren! seafood seul Hendin besinn. Ich bin United... Lauter tobacco! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Entspannt euch, Leute! Wir jagen hier Gespenster! Ich glaube nicht, dass wir darauf Zeit ver- ZDF, 2020 Entspannt euch, Leute! 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 Entspannt euch! Entspannt euch, Leute! Entspannt euch, Leute! Entspannt euch, Leute! Entspannt euch, Leute! Die Gegend ist sauber! Keine Spurpoliis! Eine kleine Spende für den alten A.G. Da ist doch Kaffee drin, du Arschloch! Wen hat Gab... Na, was führt Sie in ein bescheidenes Heim? Ich brauche ein paar Informationen. Tja, davon nehme ich. Informationen. Sie wollen Informationen, ich beschaffe Sie... Wenn der Preis stimmt, schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria. Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte, 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 warte. Die Agency? Die soll von mir ausspioniert werden, oder was? Sind Sie verrückt? Ja, Sie sind verrückt. Wie viel ist Ihnen das wert? Kommt drauf an. Ähm, naja. Ähm, ähm, äh, das da. Hören Sie sich um. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ja, ich rufe Sie an. Gut, tun Sie das. Gut, tun Sie das.